was geht was geht und hallo und herzlich willkommen zurück hier zum video kanal galix zur neuen ls20 mod vorstellung heute schauen wir uns schon den john deer 9x30t bzw die serie dazu an kurze informationen grad jetzt gehen raus an sit modding mit obliegen größe ist 19,58 megabyte groß plattformen alle ein plattformen im mod hub das heißt auch in geben können sich gerne herunterladen ja das ganze ist jetzt mal hier stand das ist das schöne riesen drum mal ab 313 kw 425 ps lastgeschaltet 3324 litern passungsvermögen 24 liter def 40 km h höchstgeschwindigkeit und 21 tonnen wiegt es sorry gesamtpreis haben 175.000 euro wir haben ja sehr 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 viel zu hause haben motorausfügung haben den neuen 94 30 rt 95 30 rt 96 30 rt mit 45.000 oder 78.000 euro aufpreis dann haben wir im bandlaufwerk standard mit gewicht mit 1200 euro aufpreis breit mit 1200 euro aufpreis breit mit gewicht mit 1200 euro aufpreis oder eben wieder und gewicht haben wir standard euro aufpreis haben wir damit die box haben wir hier vorne mit 500 euro aufpreis mit 0 kg von gewicht 100 euro 400 kilogramm von gewicht haben wir 250 euro 700 kilo sind bei 900 euro 1200 1,2 tonnen sind bei 1055 vom durchstand das sei haben wir im eu der us was haben wir hier gerade nein nicht oder beim eu das heißt hier mit den info sachen ohne wandert sich das ganze nach oben in us dann haben wir australisch haben ober sei es hier vorne haben wir dann hier und dann wieder eu jeweils mit 0 euro unterschied im band dreieck nein oder ja wo sie gerade selber gucken wo sie das jetzt ja nicht ändert natürlich nein mit jassen 250 euro aufpreis wir haben hier green star 3000 nein oder alt haben wir hier oben das damit 3840 neu mit 8080 oder im jahr zahlen haben wir im neuen 12 und zweites inner sich hier vorne mit jeweils 250 euro aufpreis bis 10 und dann wieder ein anhängerkupplung haben wir eben zwischen nein ja sind 5000 euro aufpreis also ja nein frage rund um leuchten nein bitte 0 euro aufpreis einseitig mit 250 euro beiseite ich bin 500 euro und nein so wenn man ganz kurz hier das ganze wenn man es ganz in der besten ausführung hier so nehmen und dann holen wir uns das ganze und das ist hier das wunderschöne stück das ganze mal wieder an wie wir hier sehen also qualitätstechnisch muss ich ganz ehrlich sagen ist es eigentlich wunderbar man kann hier eigentlich nichts bemängeln kleinigkeit kann man immer wo bemängeln also bemängeln kann man ja überall aber ehrlich nichts sichtbares eigentlich und wenn es da auch von der fahrt bist beleuchtungstechnisch passt hier alles einwandfrei da hatten wir letzte mod vorstellung schon etwas schlechtere belichtung sachen hier aber und sicher und sehr wunderbare kollision haben wir auch einigermaßen gut ja hinten ist das ganze auch alles gut ist durch klatschen kann man ok aber wegen größtenteils ist es halt ist es eigentlich ok durch klatschen kann manchmal vielleicht auch das hp zerstören aber trotzdem an sich ist ein sehr sehr guter mod mit lassen wir kurz dann 98 50 megabyte vielleicht etwas groß wie man jetzt mich weiter aus dem fenster lehnen müssen es gibt es andere die auch so qualität und der größe die bis zu klären sind 16 megabyte rehmach um höchstens vier megabyte jetzt mal gerundet also auch nicht bild trotzdem gibt es nur 455 sterne aus einfachgrund ich finde es ein bisschen groß es ist dafür alles will ich allem auch dann nutzbar habe ich das jetzt ja nicht oben auf man safe geben nein nicht müssen es die tür sei animiert müsste man ja ich auch irgendwo sehen wir haben hier ganz normal welche motor starten damit tür mit licht das will ich sein alles gimmick wenn es ganz mit simpel als sie was vielleicht noch besser so servus und das ist aber schon sehr beruhigend wir tun natürlich weil uns den best wieder unterziehen hört es damit gut zuhören so war technisch ist ganze wie bei allen ketten auf die 40 km h kommen in der höchsten motorgeschwindigkeit auch sehr sehr schnell reagiert auch normal wie man behaupten sowie das andere sogar vielleicht sogar besser als manche anderen also ja wenn sie wollte dauernd ding unten die beschreibung dank fürs dabei sein ich bin raus und sagt tschau